Sharif Gabbar ist ein Atheist, ein Islamkritiker aus Ägypten und hat auch sehr viel bis jetzt gearbeitet. Jetzt ist ihm Gefahr und wir machen eine Kampagne. Er sollte die Möglichkeit haben, nach Europa oder nach Deutschland zu kommen und hier leben, weil das ist sehr gefährlich, was jetzt den Zustand von Sharif Gabbar betrifft. Ich verlange von der Bundesregierung eine Möglichkeit gibt, Sharif Gabbar nach Deutschland kommt und hier ein freies Leben, ein Leben in Sicherheit anfängt und das ist sehr wichtig und ich wünsche mir auch alle Menschen, die diesen Aufruf sehen, helfen, dass wir Sharif Gabbar nach Deutschland bringen.